und freunde des tabaks ja seit heute das counter wunderschön diese anzugsbecken da wollte ich gleich dann mal den tabak ansetzen tabak sind ja lichtkeimer das heißt man kann ja einfach die rauf legen nachher das mache ich mit der pinzette jetzt können die erst mal schön einweichen die tabletten und dann quälen die gleich schön auf und dann werde ich das saat gut drauf packen die tabletten sind jetzt aufgequollen das heißt da werde ich gleich die saat drauf setzen ich will das diesmal nicht pikieren das heißt ich setze noch einen samen rauf hier hinten ist mein rosenkohl da sind schon drei größere den ich auch vorziehe und dann gucke ich mal ja dass ich die da gleich einzeln platziert kriege dann braucht man sie nachher nicht mehr pikieren und kann die sozusagen gleich größer einpflanzen drauf packen ist gar nicht so einfach und da kann mir die idee mit diesen power strips die eine einmal so eine klebseite da die körnerchen drauf machen dann kann man sie mit der pinzette nachher schön abheben und rauf legen ja ich hoffe das klappt so dass das auch nicht gleich runter fällt aber so bleiben die wenigstens drauf sieht sie nicht aber ich habe jeweils einen mit einer pinzette rauf gepackt habe mir jetzt hier so eine kleine legende gemacht damit ich auch weiß wo ich was hingesetzt habe ja und werde dann immer mal fotos machen wie der fortschritt ist